Nein, 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 kein Ding. So, jetzt, weg. So, ab Exelie-Tanks. Ja, ich hau schon ab. Ihr seid die größten Helden auf dieser Erde. Okay, ich muss für mich selber im Kopf behalten. Die Empfindlichkeit muss ich höher schrauben. Hi, Dave. Das ist die Taste. Dave, wieso tust du das? Na, was geht damit? Das ist der Doktor, oder? Nee. Wer ist es denn? Wieso tust du es mir an? Wer ist es denn? Trapper. Ich weiß immer noch nicht die Taste zum Springen. Leertaste auf dem Ding. Und es steht sogar vor, wenn du vor dem Fenster stehst, steht es sogar da. Aber wenn du die Taste nicht kennst und dann erstmal gucken musst, was da unten steht, dann ist es eben so spät. Ja, ich denke, hier sieht die Steuerung vom Controller gerade aus. Bist du sagen, im Keller gelandet? Ja. Ja, er ist direkt im Keller. Oh mein Gott. Er ist direkt in der Killerhütte. Hat er eine Falle bei dir gestellt? Ich denke, den Killer zu mir gesendet hat. Hat er eine Falle bei dir platziert, Feining? Nein, also jetzt nicht direkt bei mir. Auf der Treppe vielleicht. Okay. David, was machst du gerade? Sö, dann hatte ich einen Fluchsversuch. Hila! Okay, dann rede ich zu Shining. Ich muss halt ausprobieren, okay? Bitte nicht fliegen. Ja, alles gut. Das reicht von der Zeit. Ich habe auch gerade erstmal nicht die Taste für den Generator gefunden. Ich bin über dir, was willst du denn? Ich trickse den Killer aus. Ich trickse den Killer aus. Ich trickse den Killer aus. Ich heile dich direkt. Können wir nicht erstmal rausgehen? Ja, der andere jagt ja. Wird ja gerade gejagt. Nee. Ich werde immer noch der Jagd. Sonst denke ich einen Schlag scheinen. Ich denke einen Schlag gleich. So, ich gehe vor. So. Okay. Das ist die Taste. Okay. Nein, nein, nein. Kann nicht. So. Jetzt. Weg. So. Hab extra getankt. Ja, ich hau schon ab. Ihr seid die größten Helden auf dieser Erde. Woher soll ich wissen, dass ihr da eine Falle gelegt habt? Woher soll ich wissen, dass ihr da zwei platziert? Ich krabbel mal weg, ne? Ah, ja. Ich bin der Einzige, der noch lebt, oder? Kann das sein? Nein, der random lebt auch. Wer fährt jetzt ab? Alles gut damit. Ich werde jetzt abgefarmt, ja? Ich bin Weltmeister. Also ich habe es wenigstens geschafft, mich zu verkriechen. So, ich schläge jetzt in der Ecke, ich gehe mich heilen. Ich erhole mich. Komm hierher, komm hierher, komm hierher. Komm hierher. Wenigstens konnte ich wegkrabbel. Warum lag deine Scheißbrille? Hierhin. Ja, weil er schlau ist. Ich habe nicht damit gerechnet, ich bin nur von Panik geflüchtet. Mit Fallen kriegt man mich immer. Achso. So nutze ich mich auch selbst geheilt. Sag mir jetzt bloß, du hast Selbstversorger dabei. Was? Ich habe es vergessen, rauszunehmen. Wo seid ihr? Oh Gott, diese Schmutzperrk, Alter. Ey. Jetzt wenn er fünf Jahre dafür gebraucht hat, rauszunehmen. Ich bin am ersten Gen, wo er erstes direkt hinkam, falls er mich auch noch heilen wollte. Ich komme zu dir, Yannick. Okay. Oh nein, er ist im Haus. Welche Tasten muss ich überhaupt drücken? Ja, um keinem Hauptgebäude, ja. Warte mal, das kann ich noch in den Optionen gucken, welche Tasten sein muss, oder? Ja, du kannst gucken, wo es passiert. Ja, kannst du machen. Warte, ich verkriege mich mal eben kurz in irgendeine Ecke. Guck mal, komm nach. Ah, Yannick. Danke. In der Hoffnung, dass ich... Solange die down ist, kann ich dich schneller heilen. Und jetzt können wir den Gen hier machen. Wartet. Ich bin kurz in den Einstellungen, ich kann mich nie wehren. So, welche Tasten ist es? So, Shining macht auch gerade noch einen Gen, der ist in dieser Richtung. Okay. Okay. Achso, hier ist an random, da wir zum Heilen. Okay. Ah, der random ist es? Ja. Andere Fensterseite. Und wenn ich schon in den Optionen bin, runter gehen, Kameradenfähigkeit höher. Das ist schrecklich beim Kontrollen. Ah, viel besser. Wollen wir mal. Keine Ahnung, wo der Killer ist. Denke ich mir auch gerade. Dass er in der Portfolio läuft, wundert mich. Ja, hier laufen wir... Jetzt laufen wir in 4er Gang rum. Gleich. Finde ich nass. Ja. Ist allerdings nur ein 3er Gen hier. Okay, ich hab die Taste. Ja, gut, scheinbar noch ein bisschen. Ah, I'm a random. Ich könnte mich dann gewinnen. Ja, wenn du ne dritte oder vierte Maustaste hast, geht's genauso ein. Oh, nice. So wie ich. Ich hab fünf Maustasten. Also, wie viel? Nice. Hey, ich hab ausprobiert und direkt nicht verkackt, okay? Nur den einen, wo Dave den Killer getriggert hat. Ja. Da bin ich halt aus Panik geflischt und hab verkackt. Ah, hier ist noch einer. Nice. Den nehm ich direkt mit. Da in dem Eck, ich komme. Ich komme doch nicht. Ich höre nämlich was unge... Alles Gute. Ah, da ist der Safe. Der Luftscheine. Warum? Gar kein Problem. David, nein. Ich komme nicht raus. Ich komme ums. Ich komme ums direkt nicht raus. Nein, ich hasse dich. Nicht mich. Nicht mich. Bitte. David, ich bin jetzt im Hauptgebäude. Ich gehe zum Hauptgebäude. Ich bin im Hauptgebäude. Ich bin oben. Ich bin noch oben da. Ich bin noch oben. Okay, ich bin da. Der Random hat noch als letztes den Gen noch fertig gemacht. Ich habe mich gefunden. Lass mich gehen. Wir können doch drüber reden. Wir müssen den Random jetzt dann hochholen. Oder Shining aus dem Haken. Ja. So, welche Taste ist es? Welche Taste ist es? Shining, okay. Shining reden wir nicht mehr. Dann fände ich die Taste nicht. Ah, okay. Die Taste ist es. Danke. Ah, Spam kann ich. Nicht nachlassen. Oh, ne. Auch in der Nähe. Das ist jetzt doof. Ja, das ist blöd. Ich darf nicht nachlassen. Hau doch ab. Der liegt eine Falle der Dreckige. Ich weiß. Na, darf ich? Noch eine. Läuft jetzt ins Hauptgebäude. Ich höre den Random dann. Shining, ich höre den Random. Ja. Auf drei machen wir das dann. Eins, zwei, drei. Jupp. Snack. Ich heile auch direkt hier beim Random. Wollen wir erstmal weggehen? Nein! Man heilt sich direkt. Okay. Ich habe erstmal nicht die Taste für die Palette gefunden. Und deswegen hat er mich dann direkt erwischt. Der PC ist doch immer die gleiche Taste. Ist er am Controller nicht so? Ein bisschen anders. Okay. Dann wechselt das irgendwie so ein bisschen. Ja, ist schon okay. Beruhig dich. Trotzdem muss ich kein Beef mit Lazar anfangen. Achso. Shining, wie dumm kann man da hinten vergehen. Shining. Nicht ins hohe Gras. Hast du Pokémon noch nicht gespielt, oder? Ich dachte ich bin Pokémon-Facher. Professor Eich Regel Nummer 1, ja? Der Dully wird gejagt. Ja. Alles easy, Leute. Hier kann man einfach in Bandfallen reinlaufen. Ähm, machen wir den letzten Gen am besten. Wir sollten den letzten Gen nicht machen. Ich mache mir die Kiste auch wegen meiner einen Challenge dann noch. Ja, ich kriege da keine Punkte mehr für. Bringt mir nix mehr. Ich bin hinter dir, David. Ich mache dem so mit. Ja. Hier ist der Gen. Okay. Ich will nicht. Nicht? Hau ab von mir. Okay, ich geh. Nicht du, der andere. Shining, du musst den random holen. Warum ich? Der will doch grad nicht. Ja, weil wir grad den... Wir müssen den letzten Gen machen, Mann. Shining jetzt hol ihn mal. Und dafür kriegst du doch Punkte. Sonst kriegst du ja kein Pip. Der gammelt aber. Ja, solange er da nicht gammelt. Also wer da gar kein Tum mehr hörst. Aber der Gammelt mit Tamir. Schlock ihn weg. Wer dann bitte? Mahl. Hohl den random. Ja, ich sterb eh. Oh Gott. Ja. ich werde meine stelle ich auch heute nicht schaffen das wird so knapp so adrenalin dabei scheinen ich habe das noch gar nicht wie kann man ja ich schaffe das nicht david ich schalte direkt davor bleibt stehen das bist du auch hier bei mir ja ich habe direkt man die band öffnen sich immer wieder automatisch deswegen habe ich nicht geschafft wer sind noch der kille hat aktuell in den eingängen weil wir haben das hier vorhin bin am ein ausgang macht gerade schon zur hälfte auf bin bei der hälfte hinter dir er kommt lock ihn weg da mache ich weiter er ist in falle wieder ich hasse mein leben ach so da kann ich nicht drüber okay ich wusste nicht dass man da nicht drüber kann ja für so ich weiß hier ist fast offen ich habe ein stück weg janik bin in der rechten ecke ja ich habe der andere ausgang ist auch bei 99 so das ist kacke sie mich nicht sie mich nicht sie mich nicht okay ja okay aus ausgänger auch war schon im weg ihr schafft es ohne mich scheining nein ich lehre doch die störung vom kontroller okay ist ja okay ich meister sie ich habe für nichts gegen vor allem nicht der verräter nicht einmal am haken was heißt verräter das ist entschuldigung sowieso bei twitter da steht sogar bei instagram das instagram ja weil man das brauchst du auch kennen weil du mal gesagt hast und benutzt es nicht deswegen wurde ich danach nicht mehr dass er ja nicht ich habe auch mal gesagt tik tok ist schmutz ja gut jetzt aber jetzt überlege ich meine meine springen highlights da oben zu lassen ich finde es aber nice mittlerweile hat auf insta hat unsere fanpage mal ein edit gemacht von sven natürlich direkt wenn du mit uns jagst dave du hast auf jeden fall nur profis dabei ja und shining ist auch da solange du nicht den sven machst zugucken mit der lanze in die luft pieken fand ich gut das war ja das war die demo der wohl david ich bin da und ich sehe sie ich sehe du kein gen bist du nicht im hinterher gelaufen ich höre dieses pochern hau ab da hätten natürlich auch da random sein können da habe ich nicht drauf geachtet welches drin der hatte aber die nurse hat ist auf jeden fall weihnachtsfeld ich habe eine kiste gefunden die meine ich mir sofort auf die ist sogar beim ausgang kann ich mir also hinterher einfach mitnehmen ja wohl david direkt geregelt die ist da in der richtung ok die kommt jetzt aber die ist direkt zu uns gedreht und jetzt wird er auf jeden fall kommt der magnet ist sich durch hallo aber hier skorpion machte das alle außer der ende gerade wenn einer verletzt ist dann geht das alles langsamer hat hat sie dabei also klassiker bestimmt auch mit dem heilen ich will einfach nicht heute hast aber mitleid mit dem killer kann es euch zugeben die ist gleich da ja ich hab sie gesehen ja sie wie mich hallo ne random macht auch einen nice eh du da willst du ihn haben hallo shining schmiert shining on the rocks shining macht echt den sven heute das ist ja wahnsinn was will ich mit sven spielen das ist nicht mehr ab nicht in die mitte nicht in die mitte oh god nicht hier die mitte ich will entkommen also die ist nicht gut die ist schon ein bisschen blind ja die ist schlecht ja verfolgt mich jetzt ok dann halte ich dich halt zuerst mit dem kreis gelaufen hast du verwirrt ist wieder weg von mir ich bin quasi neben ihr also ich hab mich quasi fangen lassen ich werde gerade begrabbelt muss so nah von uns sein quasi die ist blit wie maulwurf weil ich hab mich nicht gut nicht angestrengt ich lauf hinterher da hat sie dich nicht mich die wirft dir einfach die verliebte vor wenn ich es aber bloß die nerd auf mich steht erdick wo bist du bei dem da wo der genieure gelockt hat ja ok tschüss aber keine sorge der random muster war auch gierig und deswegen gesnackt ich bin ja in der Mitte der map safe bin ich auch hallo renn nicht weg was ist das random ne das ist wahrscheinlich ne doch hey oh ja ich renne mal weg wo bin ich oh hi ich bin genau in sie reingelaufen oh ja hi ich drehe noch ne runde also nochmal ne ehrenrunde rennen ja also einmal im kreis rennen und die ist überfordert hi david hey na ja die david das ist nicht schwer david david oh nein ich glaube war die grad ich habe sie gerade umarmen das war eh egal der rennt da gerade ey ich habe sie mit einer palette abgeschreckt war ihr auch erstmal egal Ich habe einen Schlüssel gefunden. Welche Farbe? Grün. Na, der bringt nichts. Ich habe gerade eben an das Genick gebrochen. Hallo, Yannick. Hi. David, nein. Hallo. Hi. Kannst du mich dann nochmal runterholen? Ähm. Runterholen kann ich. Ja, ich hänge wieder im gleichen Haken wie gerade. Also, alles easy. Mhm. Also, wenn ihr hier die Luke befindet, ich habe den Schlüssel dabei. Ja, aber der grün, das bringt dir nichts. Damit kannst du die nicht aufmachen. Brauchst mindestens lila. Wofür ist der grüne dann gut? Um... Ich weiß. Kämmt die ab? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Doch! Die kämmt! Die kämmt, die kreist um dich herum. Ja, holt mich jetzt runter. Holt mich jetzt runter. Ja, ich habe geliehene Zeit. Ich habe geliehene Zeit. Alles gut. Ich... Ich denke auch. Ja. Komm her. Dann hole ich mir den grünen Kasten, den ich hier irgendwo rausgeholt habe. Deswegen hat die uns... Deswegen hat die so scheiße gespielt. Weil die kämmt? Hm. Ich mach gerade nen Gen. Du bist weggekommen, David? Ja. Okay, nice. Wenn ich rausgekommen mache, ich habe nen Gen, falls ich meiner helfen will. Hm. Ich bin grad bei den Büros. Hm. Irgendwer äh äh sitzt hier auch direkt neben mir. Ist Janik? Sicher? Ja, aber der Killer ist nicht bei uns. Ich bin an dem Gen, aber da will es niemand. Ey! Ich muss euch danken, ihr habt sie damit weggelockt. Na kein Ding. Die kann's nicht. Ich bin schön bescheinigt. Die ist hinter mir her, ja. Das freut mich. Jetzt nicht mehr. Der Mann schlechter als ich ist. Wie kann die mich nicht sehen? Hey! Wo bist du? Ich bin an einem der aus... Ich bin bei... Wer ist denn das? Ich stehe so offen und die sieht mich nicht. Also meiner ist zur Hälfte fertig. Nein, nein. Nein, ich mach keinen Gen mehr. Ich bin voll damit. Da hab ich keinen Bock mehr drauf. Mir kann aber auch nur einer helfen. Das ist ein Zweier-Gen. Ich guck mal, ob ich sie finde. Ich bin jetzt der Killer. Ich bin jetzt der Killer. Ich bin gleich fertig. Ja, wir auch. Warte, ich muss mich wieder in die Ecke setzen. Hallo. Nurse. Nee, keine Sorge, die ist blind. Die hat kurz gegengeschlagen und ist gegangen. Nurse. Ey, du da. Nurse. Okay, ich mach den einen Aufgang. Mhm. Ich mach den anderen. Ich laufe dem Killer hinterher. Geh jetzt zum anderen, David. Also zu deinem. Ich mach den nur so knapp fertig. Ist der hier? Wer hat geöffnet? Der hat nöd dabei. Oh, oh. Das wär schlecht. Ich hab den anderen Ausgang noch geöffnet. Das ist aber schlecht, wenn sie nöd hat. Die hat nämlich die Tür aufgemacht, deswegen die muss nöd dabei. Ja, moin. Tschüss. Ja, ich bleib grad noch drin. Auch der random bleibt hier. Die will mich aber nicht schlagen. Also dafür, dass sie nöd hat, ist das okay gewesen. Ja, ich steh hinter ihr also von dem her. Mach mal, mit welcher Taste zeige ich? Mit eins. Was? Oh, das war die falsche Taste. Nee, ich spiel doch Controller. Ah, das ist die Taste. Das trafst du mal. Das ist mega. Ja. 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 Los, Pokémon! Hast du noch da mit dem Item rauskommen? Ja. Ich hab auch ne Item aus der Kiste geklaut. Hast du, das hätt ich dir auch noch eins gegeben. So, ihr könnt raus, ne? Okay. Okay. Dies auch hier. Die Tür ist doch so. Gar kein nöd dabei, Davide. Endlich einen Dulli, der noch mehr Dulli ist als ich. Tja. Endlich hab ich meine Challenge geschafft. Jawohl, Shining. Geil. Aber auch nur den Kippen blieb. Ja, die hat halt hier die Tür aufgemacht, ne? Warte, jetzt gar nicht versehen. Da bin Piep. Nice. Ähm, die hatte gar kein Skill dabei. Die hatte nix. Na, das siehst du noch nicht. Das siehst du erst, wenn ich draußen bin. Das siehst du noch nicht. Wenn er noch nicht draußen bin, siehst du das. Ach so. Sonst dafür ist ihr der rote Schleier, das heißt ja, das sieht man noch nicht. Weil das Match noch läuft. Warte. GG, well played. Hm. Das siehst du übrigens noch nicht. Tschüss. Ich hab sie gedisst. Jetzt sieht sie das. GG. Tanatophobie hat sie. Ja, also erste Runde quasi. Echt? Die erste Runde mit der Nöd? 39 Spielstunden jetzt. Hat er sich mal gedacht, ich spiel mal Killer. Ja. Tchau. Tschüss. 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 Tja. Tschüss. Tja. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich